Ich bin schon durch den Supermarkt gelaufen und war mega stolz, mein Produkt im Regal zu finden. Hallo, ich heiße Florian Rock, bin 38 Jahre alt und arbeite bei der Firma Henglein als Anladenführer. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Schupfnudeln von der Maschine in die Tüte kommen und dann in den Supermarkt. Wenn ich komme, machen wir eine Schichtübergabe. Da besprechen wir Probleme, was in der Vorschicht los war, was wir beachten müssen. Der Mischer befüllt die Maschine mit Teig. Dieser gelangt dann über das Kochbad und Kühlbad zur Mehrkopfwaage, die ich mehrmals am Tag justieren muss, dass sie das richtige Gewicht abwiegt. Nach dem Kühlbad prüfe ich das Produkt auf Länge, Aussehen und Qualität, um für den Kunden höchste Qualität zu erreichen. Von da aus kommt das Produkt durch meine Maschine in die Tüte. Durchläuft unter anderem ein Metallcheck, den ich mit drei Prüfkörpern überprüfen muss, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Dann kommt das Produkt in den Pasteur, wo ich auch Kontrollen durchführen muss, ob die Temperatur passt. Ich muss da auch mein Protokoll dazu ausfüllen. Von da aus läuft es in den Kühler und wird dann verpackt für den Versand. Bei der Firma Henglein gibt es vielfältige Arbeitsmöglichkeiten, wo ich als Anlagenführer mich einbringen kann. Ob Schupfnudeln, Spätzle oder in der Teigproduktion. Das macht die Arbeit vielfältig und das macht mir einen Riesenspaß. Bei Arbeitsantritt muss ich mich umziehen, wo jeden Tag frische Wäsche für mich bereit liegt. Dann passiere ich eine Hygieneschleuse, wo ich Hände waschen muss, trocknen muss, desinfizieren. Besonders Spaß habe ich an der Verantwortung für meine Maschine, meine Linie und meine Mitarbeiter. Bei uns in der Linie müssen wir als Team zusammenarbeiten. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis und ich habe hier bei Henglein viele neue Freunde gefunden. Mit Vorgesetzten habe ich ein gutes Verhältnis. Sie haben immer ein offenes Ohr, helfen mir bei Problemen und wir haben insgesamt ein gutes Arbeitsklima. Natürlich gibt es auch mal Stress, den wir zusammen bewältigen müssen. Wir müssen auch mal Wochenende arbeiten oder mal Überstunden machen, die aber die Firma gut honoriert. An der Firma Henglein schätze ich sehr die Aufstiegschancen, das Arbeitsklima, das regionale Zusammen. Einfach ein gutes Team. Alles in allem würde ich sagen, passt schon, was bei uns in Franken das höchste Lob ist. Großes Passt schon!